Was könnte ich aufnehmen? Ich hab's! Erstmal auf Chrome, würde ich sagen. Yes! Ich freue mich schon drauf! Ah ja, beim ersten Mal ist das ja immer so. Komm, heute geht das nochmal, oder? Heute, heute, komm, jetzt! Das ist diesmal. Digga, das kann es auch nirgendwo sein. Ich... Ich... Ha! So, aber jetzt... Jetzt geht's doch, oder? Komm doch, jetzt geht's, oder? Ja, scheiße! Boah, da Gomme! Gomme, wir haben doch schon mal zwei Mal geschlafen, was... Oh! Diese Jungs! Wenn ich jetzt nicht bald dann auf Gomme komme, dann kommt dieses Video nie! Wow! 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 Hallihallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz kurzen Zwischensequenz. Mein Name ist Jerika und ich wünsche Ihnen hiermit sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. So, das sind wir jetzt auch schon in der Runde drehen zu einer wunderbaren Runde Quickswale Games. Und wir spielen eben heute diese Palo Challenge. Das heißt, die erste Runde des Tages muss aufgenommen werden. Sonst, äh, bist du dumm und wirst du, äh, von Palo geschlagen, Leute. Oh, oh nein! Oh nein! Oh nein! Schächte! Ficken! Alter Scheiße! Nick, nein! Nein! Oh nein! Warum lue ich so rum? Nein! Nein! Scheiße! Arschritze! Ah nein! Arschritze! Okay! Okay, jetzt! Oh mein Gott, Alter! Was war denn das hier? So, jetzt! Kisten looten! Kisten looten! Das ist einfach alles leer! Nein! Das kann nicht sein! Das kann einfach nicht sein! Bitte! Jetzt muss doch noch irgendwo eine Kiste haben! Ja! Oh mein Gott! Ein bisschen eine Rüstung! Aber nichts besseres! Nichts besseres! Ich brauche nicht Rüstung! Ich brauche Waffe! Ich brauche eine Waffe! Ich brauche eine Waffe! Ich brauche eine Waffe! Hoffentlich liegt es wieder an! Irgendwo! 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 Oh mein Gott, Leute! Wenn wir das noch gewinnen, das und mehr in der nächsten Folge, das ist eine ganz andere Geschichte! So! Wir müssen jetzt hier auf die drei switchen und jetzt erstmal eine Runde spielen, Leute! Wow! Habe ich noch ein schwer gekriegt! Das ist einfach extrem cool, Leute! So! So! Zack! Zack! So! Und jetzt einfach mal, einfach schnetzeln, würde ich einfach mal sagen! Oh! 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 Shit! Alla! Der kassiert! Was kassiert denn der? Der kassiert alles! Nee! Nee! Jetzt wird er mich nicht abgestaut, oder? Oh mein Gott! Nein! Der wird ja abgestaut! Der wird abgestaut von denen! Das kann ich bitte nicht! Oh! Ich habe nur drei Herzen! Ja! Nur drei Herzen! Oh mein Gott! Ich muss weg hier! Ich muss weg hier, Leute! Was bin ich? Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm, Alter? Warum bin ich so dumm, Alter? Ich muss den weghalten und auf den gehen! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Ich, 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 ich... Ich habe bester Stuff, bester Stuff, Leute! Besser Stuff! Schnell equippen! Und der hinter, hinter uns, der ist, der ist jetzt ganz freudig! Der dreht jetzt gleich durch! Oh mein Gott, Leute! Was bin ich denn hier am upraging, Leute! Was ist denn hier los? Aber gar nicht! Diese Runde, Leute! Also erstmal, erstmal am Anfang kein Schwert bekommen! Und jetzt das hier! Und jetzt das hier! Das ist doch... Das ist doch einfach nicht menschenmöglich, Leute! Menschenmöglich! Das sagt man hier so in der Schweiz! Ich weiß nicht, ob Deutschland... Aber Deutschland ist eh ein komisches Land, oder? Weißt du? Man, ist ja... Es ist ja nicht so schlimm dann wieder auch nicht, oder? So! Oh! Oh, der Eim! Was hier was? Er ist, er ist nicht gut drauf, glaube ich! Er ist nicht gut drauf! Er ist nicht gut laut für uns! So! Jetzt müssen wir rennen! Jetzt müssen wir rennen! So! Und dahinten kloppen sie sich auch! Und wisst ihr was, Leute? Da es die Palo-Challenge ist... Würde ich sagen... Darf man einfach ganz gediegen... Abstauben! Würde ich einfach sagen... Ja! Darf man das! Weil... Die Palo-Challenge besagt... Ja! Gewinnen einfach die erste Runde! Und... Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Also ne, gewinne ich die erste Runde! Recorde die erste Runde! Und das heißt... Wir dürfen mit Mitteln arbeiten, die sonst ethisch unkorrekt sind! Und... Was labere ich wieder? So! So! Und... Boots! Oh jetzt! Digga! Was ist denn hier los? Was bin ich für ein Tier, Leute? Was bin ich für ein Tier? Was ist hier los? Leute, wenn ich die Runde direkt gewinne, dann bin ich einfach der Beste! Lass mich! Oh ne! Nein! Ich schlage ihn! Ich schlage ihn! Ich schlage ihn! Ich schlage ihn mit! Ja! Haben wir gekriegt? Ich muss das Eisenschwer kriegen! Nein! Oh mein Gott! Habe ich nicht gekriegt! Habe ich nicht gekriegt! Scheiß! Okay! Ja! Der Mann jetzt auch, wir können noch etwas anrichten! Aber... Dieser hat dadurch falsch gelegen! Warte! Ich krieg den noch... Und... Zack! Und zack! Und der müsste down sein! Der müsste so gut wie down sein! Und jetzt... Oh! Ich hab kein Schwert! Okay! Ausrüsten! So! Und jetzt... Und jetzt müsste er eigentlich down sein! Jetzt müsste er eigentlich down sein! Ja! Jawohl! Jawohl, Leute! Beste Runde! Erste... Wirklich! Ohne Witz! Erste Runde des Tages! Ohne Witz, Leute! Es ist krass! Ich hätte das nicht gedacht von mir! Weil ich bin normalerweise so richtig schlecht! Also das geht eigentlich! Ich bin... Also diese Runde war ich wirklich nicht schlecht! Also wir hatten am Anfang kein Schwert und gar nichts, Leute! Hätte ich nicht gedacht, Leute! Also wenn ihr mir nicht glaubt, dann seid ihr einfach selber behindert, Leute! Ja, also das war jetzt nicht so gemeint, aber... Ähm... Oh mein Gott, Leute! Die erste Runde einfach so gewonnen! Ich hab's... Ich glaub's einfach immer noch nicht! Und... Ja... Ich ähm... Ja... Und Leute! In diesem Sinne würde ich einfach mal sagen! Wenn das Ganze gefallen hat! Würde ich mich enorm positiv werden, Freunde! Und dann würde ich sagen! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Das war der Paumpkin! Es war ein ganz ganz kurzes Video heute! Und äh... Das mit in zwei Zangen kommen wieder ein Video! War ein bisschen eine Lüge! Das äh... Ist jetzt auch nicht mehr so witzig, oder? So! Und ich würde sagen! Wenn das Ganze gefallen hat! Würde ich mich enorm... Hab ich schon gesagt! Tschüss!